Es ist ein hartes Urteil. 15 Jahre soll der Schauspieler Günther Kaufmann hinter Gitter. Das Gericht ist sicher, Kaufmann hat einen Freund getötet. Das Urteil ist gemacht. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe etwas Schlimmes angeschlagen. Das tut mir sehr leid. Mein Freund. Zweieinhalb Jahre später die sensationelle Wende. Kaufmann ist unschuldig. Warum aber gesteht er einen Mord, den er nicht begangen hat? Dies ist die Geschichte eines Duells zwischen dem berühmten Schauspieler Günther Kaufmann und dem besten Mordermittler der Münchner Kriminalpolizei, Josef Wilfling. Fast 100 Mörder hat er in seiner langen Karriere dingfest gemacht. Fehlerquote null. Doch dann kommt Günther Kaufmann. Das war ein Fall, der einem natürlich in Erinnerung bleiben wird, solange man lebt, weil es ein außergewöhnlicher Kriminalfall war. Das habe ich empfunden, als wäre das Ganze ein Film. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kam mir wirklich vor wie ein Schauspieler, der vor der Kamera steht und eine Rolle spielt. Am Anfang steht ein mysteriöses Verbrechen. Die Ermittler wissen nur, drei Unbekannte kommen an diesem Februarabend in die Wilhelm-Weidling-Straße in München. Nichtsahnend öffnet Steuerberater Hartmut Hagen die Haustür. Sofort fallen die Männer über ihn her. Minuten später ist der Steuerberater tot. Er stickt. Hartmut Hagen, 60 Jahre alt. Ein vermögender Mann. Am nächsten Tag kommt der Schauspieler Günther Kaufmann in den gutbürgerlichen Stadtteil. Er ist geschäftlich mit Hartmut Hagen verabredet, aber sein Freund und Steuerberater ist nicht in der Kanzlei erschienen. Kaufmann will nun in der Privatwohnung nach ihm schauen. Er hat selbst noch bis vor wenigen Wochen hier gewohnt, als Gast von Hartmut Hagen. Als Kaufmann jetzt ins Haus kommt, macht er die grausige Entdeckung. Und ruft sofort die Polizei. Der lag am Bauch, wenn ich mich erinnere, den Kopf zur Seite, offene Augen, gefesselt. Und die Hose heruntergezogen, bis auf die Kniekehlen, war blau im Gesicht, die Hände blau, also die Gelenke blau. Und so habe ich ihn gesehen. Und dann haben die mich rausgeschmissen. Dann haben die gemerkt, ich stehe dabei, das darf ich gar nicht. Dann haben die gesagt, Sie gehen Sie raus, Sie haben mir nichts verloren. Ich habe ihn begrüßt und habe noch recht locker gesagt, ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Und daraufhin hat er geantwortet, ja, das liegt daran, dass ich Schauspieler bin. Und insgesamt gesehen war das ein völlig harmloser, normaler Kontakt. Für uns war er Zeuge. Er war Auffindungszeuge. Der Schauspieler und der Kommissar. Das Duell beginnt völlig harmlos. Die beiden unterhalten sich. Kaufmann erzählt viel in diesem ersten Gespräch, woher er den Toten kennt und überhaupt sein ganzes Leben als Schauspieler. Das ist insofern kein Fall wie jeder andere auch, wenn man es mit prominenten Tatverdächtigen oder auch Opfern zu tun hat. Weil man natürlich weiß, dass das Medienecho gigantisch sein wird. Was aber die Gleichbehandlung betrifft, und das kann ich garantieren, gibt es überhaupt nicht den geringsten Unterschied. Aber insofern war der Herr Kaufmann für uns ein Zeuge und dann ein Tatverdächtiger wie jeder andere auch. Günter Kaufmann, der bekannteste dunkelhäutige Schauspieler Deutschlands. Ein Naturtalent, entdeckt vom legendären Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Für ihn stand Kaufmann in vielen Rollen vor der Kamera. Kaufmann stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Der uneheliche Sohn eines schwarzen US-Soldaten. Keine leichte Kindheit in den spießigen 50er Jahren. Kaufmann versuchte sich in mehreren Berufen, heuerte sogar bei der Marine an, aber nichts wollte ihm gelingen. Bis Fassbinder ihn entdeckte. Der homosexuelle Regisseur wollte mit Kaufmann ins Bett, doch der ließ Fassbinder abblitzen. Die Revanche? Kaufmann flog raus, keine Rollen mehr. Kamikaze 1989 war ihr letzter gemeinsamer Film. Gut, was soll ich unternehmen? Nichts. Warum? Weil sie jetzt nach Hause fallen, ihre Sachen zusammenpacken und unbezahlten Urlaub nehmen werden. Kaufmann zog nach Portugal. In einem Dorf an der Algarve kaufte er sich eine Villa, Vista do Vale. Sein direkter Nachbar, der Münchner Steuerberater Hartmut Hagen. Die beiden kannten sich schon seit Fassbinderzeiten. Rollenangebote bekam Kaufmann nur noch selten in den 90er Jahren. Er lebte vom Ersparten. Meistens hing er in der Bodega herum, wo er sich zulaufen ließ. Nur seine Ehefrau Alexandra gab ihm noch Halt. Für ihn, das Besatzungskind, war die blonde Adlige wie ein Sechser im Lotto, sagt er später. Aber Alexandra wurde schwer krank, Krebs. Sie kämpfte um ihr Leben. Die alternativen Therapien verschlangen Kaufmanns Geld. Doch sie brauchte immer mehr. Ich sage, ich habe kein Geld mehr. Ich habe zwar das Haus in Portugal, ich kann es nicht verkaufen, das geht nicht so schnell. Ich hätte alles verkauft für sie, das wäre mir wurscht gewesen. Ja, aber wir kriegen das Haus nicht los. Da habe ich gesagt, mir fällt eigentlich nur einer ein, das ist mein Freund, der Steuerberater. Der hat auch ein Haus da unten, den kenne ich schon lange. Der hat für mich die Steuern gemacht und alles. Sag ich, den kannst du fragen, das ist ein vermögender Mann. Sie fragten ihn und Hagen lieh ihnen Geld. 850.000 Mark. Die Kaufmanns kehrten 2000 zurück nach Deutschland. Er zog nach München, sie ging zur Therapie nach Wilhelmshaven. Das zumindest erzählte sie ihrem Mann. Tatsächlich aber finanzierte sie mit dem Geld, das die beiden vom Steuerberater bekommen hatten, einen Geliebten in Berlin und einen aufwendigen Lebensstil. Ihr Mann Günther vermisste sie und stürzte ab. Alkohol, Drogen. Zu finden war er meistens in diesem Café in Schwabingen. Mir ging schlecht damals, ja. Sie hatte ja das ganze Geld vor dem Magen, ich hatte ja nichts. Ich habe immer ein bisschen was gedreht zwischendrin. Es kam mal in Sardinien, glaube ich, kam irgendwas und so weiter. Ich habe von meinen Kröten, die ich verdient habe, habe ich eigentlich gelebt. Und sie hat, ich glaube, sie hat mir mal, zum Schluss hat sie mir über 20.000 geschickt. Diese Geschichten erzählt Kaufmann auch dem Kommissar. Stundenlang. Nach dem Mord kommt Kaufmann jeden Tag aufs Revier, geht dort allen auf die Nerven. Immer wieder tischt er den Polizisten neue Verdächtige auf. Und alle fragen sich, was bezweckt der Schauspieler eigentlich? So ging das, glaube ich, sieben, acht Mal. Er rief mich an, haben Sie Zeit, Kaufmann? Ich sage, ja, dann kommen Sie doch einmal rein. Ja, sage ich, gerne. Es war genau umgekehrt, und das kann man auch den Akten entnehmen, dass immer wieder der Herr Kaufmann, unangemeldet, bei uns auf der Dienststelle erschien und immer wieder nachgefragt hat, ob wir schon was Neues hätten. Er war sichtlich immer nervöser, aber mit keinem Wort hat er erwähnt, dass er ja mit dem Steuerberater in einer geschäftlichen Beziehung stand. Das hat er erst ganz zum Schluss dieser Zeugenvernehmung angedeutet. Ja, sage ich, also ich kenne Hagen Lang und habe mit dem Geschäft meine Frau. Ach so, das ist ja interessant. Ja, kommen Sie mal morgen zu mir und erzählen mir das alles. Ja, sage ich, gerne. Bringen Sie Papiere mit? Jawohl. Ich habe alles mitgegeben, was ich noch hatte. Habe ihm das alles erzählt. Das ist ja interessant. Ja, das ist ja interessant, hat er gesagt. Diese geschäftliche Beziehung ist eine abenteuerliche Räuberpistole. Und die ging in Portugal los. Hagen hatte dem Ehepaar Kaufmann jenes Geld für die Krebstherapie geliehen, genau 850.000 Mark. Als Sicherheit sollte Kaufmanns Villa an der Algarve dienen. Aber die wollten ihm die Kaufmanns nicht überschreiben. Deshalb tischte Alexandra Kaufmann dem Steuerberater eine Lügengeschichte auf. Sie erzählte ihm, dass ein amerikanischer Investor ein Hotel bauen wollte, auf dem Gelände ihrer Villa an der Algarve. Aber der Investor sei abgesprungen. Und nun wollte Alexandra Kaufmann angeblich diesen Investor auf Schadenersatz verklagen. Vor einem Gericht in Amerika. Für seine 850.000 Mark könnte der Steuerberater am erwarteten Schadenersatz beteiligt werden. 23 Millionen versprachen ihm die Kaufmanns. Wir hatten einen Staatsanwalt, der natürlich sich in wirtschaftlichen Strafsachen bestens auskannte. Der hat auf Anhieb erkannt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Da ging es um Wettverträge, da ging es um Geschäfte, wo nie eine Unterschrift geleistet wurde. Um 70 Millionen, also lauter solche abenteuerlichen Dinge. Und das Einzige, was zu stimmen schien, war, dass tatsächlich 850.000 Mark vom Opfer an das Ehepaar Kaufmann geflossen waren. Der Kommissar findet noch etwas. Kurz vor seinem Tod bekam Hartmut Hagen Zweifel, ob es den ominösen Prozess in Amerika wirklich gab. Er wollte sofort sein Geld zurück. Oder endlich Kaufmanns Villa in Portugal. Jetzt richtet sich der Verdacht der Ermittler, wenige Tage nach dem Mord, gegen das Ehepaar Kaufmann. Alexandra Kaufmann ist zum Tatzeitpunkt nachweislich nicht in München. Und Günter Kaufmann? Er hat kein Alibi. Die Ermittler stellen eine Hypothese auf. Günter Kaufmann könnte in der entscheidenden Nacht zum Haus von Hartmut Hagen gefahren sein. Dafür sprechen die Spuren am Tatort. Überall im Haus finden sich seine Fingerabdrücke und DNA-Spuren an einer Tasse in der Küche. Ja, natürlich war es doch, ich habe ja gewohntet im Haus. Natürlich gab es Spuren überall, in jedem Zimmer. Eine Woche bevor das passierte, war ich bei ihm. Habe eine Videokassette abgeholt von einem Film, meinem Fleischhammer und habe einen Schluck Wasser getrunken. Weil die gesagt haben, haben Sie aus einer Tasse Wasser getrunken? Sag ich, ja. Wann? Sag ich, vor einer Woche. Vor der Start, war ich da. Stand diese Tasse, in der sich noch Wasser befindet, wirklich schon eine Woche lang in der Küche? Nur seine DNA war an dieser Tasse. Das besteht nicht der geringste Zweifel, dass diese Tasse zeitnah zur Tat benutzt worden war. Eine Woche nach dem Mord. Wieder einmal geht Günter Kaufmann zum Münchner Polizeipräsidium. Doch dieses Mal erwartet ihn kein harmloser Plausch mit den Ermittlern. Bei der Begrüßung habe ich ihm eröffnet dann, dass er ab sofort Beschuldigter ist. Habe ihm das auch erklärt und er hat sofort theatralisch reagiert. Was ist los? Ist das Ihr Ernst? Ich habe gelacht. Nein, das ist mein voller Ernst, hat er gesagt. Das zeige ich in Haftbefehl, hat er gesagt. Da, ich sperre ihn auch her, hat er gesagt. Und zwar heute und jetzt. Und dann kam mir die Tränen. Ich habe gesagt, das können Sie doch nicht glauben. Sie können doch nicht glauben, dass ich den Mann umgebracht habe. Doch, hat er gesagt. Sie machen das. Die Welt weiß es, ich weiß es, Sie wissen es, jeder weiß. Hai nun im Münchner Polizeipräsidium. Das Duell zwischen dem Ermittler und dem Schauspieler geht in die entscheidende Phase. Stundenlang legt der Ermittler Günther Kaufmann die belastenden Indizien vor. Fünfeinhalb Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gesagt, ich war es nicht. Ich war nicht da, ich war in meinem Hotel. Bronx Deportier. Ich habe Fernsehen geschaut, meine Gitalon Schlaftabletten genommen. Ich war besoffen, kam abends von der Tochter. Ich war in meinem Hotel, ich war es nicht. Fünfeinhalb Stunden lang. Und der hat zu mir gesagt, Kaufmann, pass auf, wir können zwei Dinge machen. Entweder gibst du es zu und hilfst uns, dann helfen wir dir. Na, trink mal in fünf Jahren Bier. Ich habe ihm sozusagen eine goldene Brücke gebaut. Dass es ein Erstickungstod war im Verlauf eines Kampfes. Also keine vorsätzliche Tötung. Dann hat er überlegt. Dann hat er den Satz gesagt, ich kann doch nicht etwas zugeben, was ich nicht getan habe. Ich war es nicht. Er sagt, so kann man nicht weiter. Also wenn du so weitermachst, dann wird das ganz eng für dich. Ja, was heißt denn das? Er sagt, du, dann, weißt du, wir können auch einen Mord draus machen. Dann gibt es lebenslang. Und dann kam dieser berühmte Satz, den ich selber noch notiert habe. Sie kriegen jetzt ein Geständnis von jemandem, der es nicht war. Sie kriegen jetzt ein Geständnis von einem, der es nicht war. Ja, dann hat er gesagt, das ist ein Wort, das schreiben wir rein. Dann war ich so sicher, dass ich es war. Und so fair, dass er es reingeschrieben hat. Dieser Satz steht in allen Akten. Günter Kaufmann behauptet, dass er allein den Steuerberater getötet hat. Warum dieses falsche Geständnis? Wenn Sie ihm die Wahrheit sagen, und Sie wissen das, dass Sie die Wahrheit sagen, und Sie merken, dass der Ihnen nicht glaubt, weil er von etwas anderem überzeugt ist, dann ist das ein Druck, was sollen Sie dann tun? Und wenn dann gedroht wird, was Ihnen droht, wenn Sie dabei bleiben, bei Ihrer Wahrheit, die nicht seine ist, dann muss man sich ausmalen, was passiert, wenn ich 54 bin und mit 80 oder nie mehr rauskomme. Mit den Füßen voran, hat er gesagt, wenn man sie raustragen. Das ist Horror. Das ist absoluter Horror. Da ist mir alles wurscht. Ich erzähle dem, was er hören will. Das ist mir egal. Hat Josef Wilfling den Schauspieler wirklich so unter Druck gesetzt, dass dieser schließlich keinen Ausweg mehr sieht? Niemand schafft es, den Herrn Kaufmann zu einem Geständnis zu bringen, wenn er das nicht will. Ich habe keinen Menschen in meiner ganzen Laufbahn erlebt, der so stur ist wie der Herr Kaufmann. Und das ehrt mich zwar, wenn er mir unterstellt, dass ich es geschafft habe, ihn zu einem Geständnis zu bewegen, aber das stimmt einfach nicht. Das schafft keiner. Kaufmann geht noch weiter. Er zeigt Kommissar Wilfling, wie er den Steuerberater getötet haben will und spielt die Rolle des Mörders so realistisch, dass der Ermittler beinahe selbst erstickt. Doch was ist in jener Nacht im Haus des Steuerberaters wirklich geschehen? Das Geständnis passt nicht zur Spurenlage. Die Beamten wissen, dass mehrere Täter am Tatort waren. Denn an der Leiche des Steuerberaters finden sie DNA-Spuren von drei Männern. Aber keine davon passt zu Günter Kaufmann. Trotzdem glauben die Ermittler an das Geständnis des Schauspielers. Die Polizei hat etwas gemacht, was in der Justiz leider häufiger vorkommt, nämlich, dass man sehr gerne ein Geständnis entgegennimmt. Ein bisschen auch unter der Überschrift, na wer unschuldig ist, der gesteht nicht. Und hat, nachdem sie massiven Druck auf Herrn Kaufmann ausgeübt hat, dieses Geständnis dann dankend angenommen. Und ist, das unterstelle ich den entsprechenden Beamten, auch tatsächlich davon überzeugt gewesen, dass Herr Kaufmann wirklich der Täter ist und hat diese These nicht mehr wirklich hinterfragt. Immerhin, noch während der Vernehmung rufen die Ermittler Kaufmanns Frau Alexandra an. Die gesteht am Telefon, dass die Geschichte mit dem Prozess in den USA Lug und Trug war. Und sie will mit diesem Märchen nicht nur den Steuerberater betrogen haben, sondern auch ihren Mann. Der glaubte noch an den Schadenersatz in Millionenhöhe. Das ist ja dieser Moment, der in meinem Leben der einschneidesten überhaupt war. Dann sagt sie, ich habe gelogen. Und ich wurde weiß. Und die Ermittler haben gesagt, ja, sie haben diesen Blödsinn ja wirklich geglaubt. Und der Staatsanwalt hat gesagt, ja, sie haben den Schmarrn ja wirklich geglaubt. Und ich habe es immer noch nicht fassen können. Und die besucht mich später in U-Haft und ich sage, jetzt einmal gibt es wirklich kein Geld. Ich habe mir das nicht vorstellen können, dass die Frau mich angelogen hat jahrelang. Ist das glaubhaft? Konnte Alexandra Kaufmann wirklich alle belügen? Auch ihren eigenen Mann? Seine Frau war die erkennbar härtere. Die hat ihm nicht getraut. Die hat ihn für einen Schwätzer gehalten. Und das hat sie mir auch gesagt. Ich habe sie noch im Krankenhaus, hier im Schwabinger Krankenhaus besucht, ganz kurz bevor sie verstorben ist. Und dass sie hier wegen dieser ganzen Geschichte ein besonders schlechtes Gewissen hat, hat sie mir leider nicht gesagt. Und er hat auch nicht offenbart, was da wirklich gewesen ist. Sonst hätte man Herrn Kaufmann retten können. Es wird zwei Jahre dauern, bis erwiesen ist, es war Alexandra Kaufmann, die den Überfall auf den Steuerberater organisierte und die drei Täter zu dessen Villa schickte. Die Männer sollten den Steuerberater einschüchtern, damit er auf sein Geld verzichtet. Sie sollten die Unterlagen vernichten, die den Betrug hätten beweisen können. Damit das Ganze wie ein Raubüberfall aussieht, sollten sie außerdem die wertvollen Bilder von der Wand abnehmen und stehlen. Dazu wird Alexandra Kaufmann nie befragt. Dann war sie natürlich schwer krebskrank. Man hat sie da nicht in die Mangel oder so genommen oder nicht über Stunden hinweg befragt, sondern man hat das einfach relativ kommentarlos hingenommen, was sie erzählt hat. Aber man hätte gerade mit dem Wissen, das wir dann 2003 hatten in Bezug auf diese drei Täter, hätte man von ihr vielleicht noch ganz anderes erfahren können. 2001 mobilisiert Alexandra Kaufmann die letzten Kräfte und reist nach München. zu den Kindern aus Günther Kaufmanns erster Ehe. Mein Bruder und ich hatten zu der Zeit zusammen gewohnt und Alexandra hat bei uns gewohnt. Und wir haben viel mit ihr gesprochen und viele Abende zusammengesessen und logischerweise auch darüber gesprochen. Also das war eigentlich nur Thema und das Kuriose ist ja, dass sie ja die Wahrheit kannte und sie hat uns aber nie was durchblicken lassen oder ja auch sich immer so verhalten, dass sie selber nichts weiß. Und es flossen auch Tränen und ihr Günther sitzt jetzt in Haft und er war es doch gar nicht und sie weiß es auch nicht. Und ja, sie hat nichts gesagt, sie hat das Geheimnis mit sich ins Grab genommen. Und so ist Günther Kaufmann anderthalb Jahre nach der Tat der einzige Angeklagte vor Gericht. Seine Frau ist wenige Wochen zuvor gestorben. Die Staatsanwaltschaft ist von der Schuld des Schauspielers überzeugt. Und von der goldenen Brücke, die ihm der Kommissar baute, will sie nichts mehr wissen. Sie klagt ihn wegen Mordes an. Ich kann Ihnen nach Aktenlage sagen, dass ihn jeder angeklagt hätte in dieser Situation. Zumal ja es nicht nur dieses Geständnis gab, sondern es gab ja erstens mal ganz wichtig ein Motiv. Ein Motiv ist immer das A und O. Also Günther Kaufmann hatte definitiv ein Motiv. Es gab diesen ominösen Schadensersatzprozess, das hat er auch so eingeräumt und so angegeben. Es gab dieses Bestreben des Steuerberaters, sich da weiter abzusichern. Sich mit diesem Grundstück, das Günther Kaufmann in Portugal abzusichern. Das ist der letzte Vermögensgegenstand, den Günther Kaufmann noch hatte zum damaligen Zeitpunkt. Also es gab hier wirklich ein nachvollziehbares Motiv. Im Prozess verwickelt sich Kaufmann zusehends in Widersprüche. Doch er spielt seine Rolle weiter, als alleiniger Täter. Allen ist klar, das kann nicht stimmen. Doch nicht einmal seinen Verteidigern erzählt Kaufmann, dass er unschuldig ist. Er hofft, dass er mit seiner Geschichte durchkommt. Der Tod des Steuerberaters sei ein Unfall gewesen. Doch dann präsentiert Kommissar Josef Wilfling einen Zeugen, der Kaufmann schwer belastet. Die Geschichte, die der Mann erzählt, führt in dieses Münchner Café und belegt, Kaufmann war doch in den Betrug mit dem angeblichen Schadenersatzprozess in den USA verwickelt. Der Zeuge sagt vor Gericht aus, Kaufmann habe ihn auf der Toilette des Cafés angeheuert. Damit der nach New York fliegt und dort eine Postkarte einwirft, an den Steuerberater, um den Anschein zu erwecken, seine Frau wäre in New York und würde mit dem Anwalt verhandeln. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat der Herr Kaufmann in die Wege geleitet, bei einem konspirativen Treffen. Und dann will er erzählen, dass er von all dem nichts gewusst hat. Das kann er natürlich erzählen, aber er kann nicht verlangen, dass man ihm das glaubt. Durch diesen Zeugen ist die Glaubwürdigkeit von Günter Kaufmann schwer beschädigt. Der Richter nimmt Kaufmann in die Mangel. Und der ändert seine Rolle sofort. Im Prozess hat ihm der Richter Hanreich gesagt, er glaubt ihm nicht, dass er davon nicht wusste, weil das ist eine abenteuerliche Geschichte und aufgrund seiner engen Beziehung zu seiner Frau ist es unvorstellbar, dass er das nicht kannte. Und er hat ihm mehr oder weniger auch zu verstehen gegeben, dass wenn er in dem Punkt lügt, dass man ihm dann auch nicht abnimmt, dass hier das Opfer fahrlässig zu Tode gekommen ist. Dass das Ganze eben eine Körperverletzung mit Todesfolge war. Und daraufhin hat er dann eingeräumt, dass er in dieses Betrugsschema voll mit eingeweiht war. Ich habe gedacht, ich will kein Lebenslang, mir ist das wurscht, wenn die das glauben, erzähle ich sie halt. Es nützt doch nichts, wenn ich sage, ich weiß es nicht. Die werden ja nur sauer und ich kriege alles. Und wenn man das die Anwälte auch noch sagen soll, wenn du bei der Geschichte bleibst, dann kriegst du von dem alles. Das sage ich dir gleich. Dann kann dich keiner retten, auch ich nicht, als Ufer und wie sie alle heißen. Weil die glauben das. Im Mittelpunkt des Prozesses aber bleibt die Frage, wer war noch am Tatort. Schließlich gibt es DNA-Spuren von drei Unbekannten an der Leiche. Derart in die Enge getrieben, nennt Günter Kaufmann die Namen von zwei Männern. Die werden sofort verhaftet und später als Zeugen in den Gerichtssaal gebracht. Er hat dann wirklich zwei Personen als seine Mittäter beschrieben, die auch noch wie die Faust aufs Auge gepasst hätten. Da diese Spuren da waren, mindestens zwei, eigentlich drei. Aber drei konnte ich nun wirklich nicht erfinden. Ich wusste gar nicht, wen ich die überhaupt noch nennen sollte. Man hat ja nicht mehr gereicht, dass ich es war. Die zwei Freunde kannte ich und ich wusste, dass die zwei Freunde, sagen wir, auch einiges auf dem Kerbholz hatten. Es war ein ehemaliger Rotlichtkönig und ein Rockerking, also der auch vom äußeren Erscheinungsbild her genau gepasst hätte. Und die hat er uns geliefert, uns Messer geliefert. Da zieht sich dem einen noch gegenüber ein Freund. Er kommt rein, da haben sie eingesperrt. Und da saßen sich die beiden gegenüber und dann sah ich diesen ansonsten nicht sehr sensiblen, ehemaligen Zuhälterkönig, wie ihm die Tränen in die Augen schossen und er sagte, Herr Günther, was erzählst denn du da? Günther, weißt du, was du redest? Wir kennen uns 30 Jahre. Weißt du überhaupt, was du sagst, was du tust? Ich war nicht dabei, ich habe nichts damit zu tun. Du bist mein Freund. Und dann sagte der Herr Kaufmann, eiskalt, das wirst du schon wissen. Du warst doch dabei. Du warst dabei. Ohne die geringste Regelung. Diese Sache mit diesem Mann, der mein Freund war und Gott sei Dank immer noch ist. Also das ist etwas, ich hatte nur Angst vor dem Lebenslang, dass ich nicht mehr rauskomme. Die Polizei findet schnell heraus, die beiden sind Saufkumpane von Günther Kaufmann, die er aus dem Café in Schwabing kennt. Wir konnten dann beweisen, dass die zwei unschuldig sind. Das war uns zu verdanken, weil wir natürlich entsprechende Ermittlungen angestellt haben. Der eine hielt sich zur Tatzeit nachweislich im Ausland auf und der andere hatte auch ein hundertprozentiges Alibi. Die Glaubwürdigkeit von Günther Kaufmann ist nun endgültig ruiniert. Dass er unschuldig sein könnte, zieht keiner mehr in Betracht. Ihm droht lebenslänglich. Doch warum gibt er seine Rolle nicht auf und widerruft sein Geständnis? Er war aber jetzt, wie man heute weiß, in einer Situation, dass er nicht sagen konnte, es war meine Frau, die hier die Leute geschickt hat. Ich kenne die Namen der Mittäter deshalb nicht, weil meine Frau das Ganze organisiert hat. Es hätte ihm keiner geglaubt, dass hier große Unbekannte tätig waren. Und man hätte ihm gesagt, wenn sie auch noch die Frechheit haben und jetzt ihre tote Frau in die Sache mit reinziehen, nur um sich selber Vorteile zu verschaffen, dann haben sie bei uns keine Gnade mehr zu erwarten. Und dann brechen die Kulissen in Kaufmanns Schauspiel zusammen. Er muss erkennen, Alexandra, seine geliebte Ehefrau, die er mit seinem falschen Geständnis schützt, sie hat ihn betrogen. Und das jahrelang. Mit diesem Zeugen aus Berlin will der Kommissar dem Schauspieler den Rest geben. Alexandras Liebhaber, Hans-Joachim Uhlich. Auch er belastet Günter Kaufmann schwer. Die schwärzeste Stunde im Leben des Günter Kaufmann, das sage ausgerechnet ich, aber das kann ich nachvollziehen. Das muss wohl gewesen sein, als in der Verhandlung der Geliebte seiner Frau auftaucht, in den Zeugenstand tritt und dort dem Kaufmann ins Gesicht sagt, dass er der Geliebte ist, dass seine Frau ihn, Kaufmann, gehasst hat und dass alles Lug und Druck war. Da kam der Ulrich, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, live. Der Ulrich, bitte setzen Sie sich, wurde sehr bevorzugt behandelt vom Vorsitzenden. Erzählen Sie mal. Ja, sagt er, ich kann nur sagen, er hat seine Frau ganz schlecht behandelt, er hat sie geprügelt, er hat sie ins Kreuz getreten, hat sie mir erzählt, hat sie niedergeschlagen. Das wäre wohl für jeden Menschen nicht zu verkraften gewesen, außer für Herrn Kaufmann. Der hat es weggesteckt, dass wir uns alle nur gewundert haben. Der schien den überhaupt nicht berührt zu haben. Ich habe ihn beobachtet und er hat mich auch öfter angeschaut und hat mir mit seinen Blicken zu verstehen gegeben, glaube ja nicht, was der da sagt. Und teilweise hat mein Vater auch gelacht über seine Aussagen. Also jetzt nicht laut, aber halt so, ja, weil es einfach lächerlich war, was er da alles zum Besten gegeben hat. Doch Kaufmann findet aus seiner Rolle nicht mehr heraus. Und so fällt das Gericht nach sechs Monaten Prozess das Urteil. 15 Jahre wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge. Er muss ins Gefängnis für eine Tat, die er nicht begangen hat. Mir völlig unverständlich hat er geweint und hat uns ja in die Arme genommen, mein Bruder und mich, und hat sich noch bedankt. Für 15 Jahre statt lebenslang, glaube ich. Und ich meine, er hat auch gesagt, dass es eine gerechte Strafe sei für ihn. Und im Nachhinein, muss ich sagen, schäme ich mich ein bisschen. Es gab kein Lebenslang. Das wollten ja alle erreichen. Und es waren 15 Jahre. Das ist eine Zeitstrafe, eine zeitige Freiheitsstrafe. Das bedeutet, sie haben die Chance, nach zehn Jahren spazieren zu gehen, bis sie dann endgültig entlassen werden. Das ist nicht das Ende mit 54. Da hat man noch eine Chance. Günter Kaufmann beantragt, die Haft in Berlin absetzen zu dürfen. Er wird nach Tegel verlegt. Dort ist er ein Musterhäftling, leitet die Bibliothek, spielt in der Theatergruppe. Seine Tochter besucht ihn regelmäßig. Die Zeit hat uns sehr nahe gebracht. Ich war auch immer traurig, wenn ich dann ging, weil ich habe genau gesehen, wie es ihm gegangen ist, wenn ich wieder gehen musste. Und ich habe mich da noch mal umgedreht und habe ihn da stehen sehen. Und ich habe genau gewusst, dass er jetzt am liebsten weinen würde. Und das tat mir unheimlich leid, das tat mir unheimlich weh. Ich habe in meiner Zelle Flugzeuge starten und landen sehen. Tegel ist ein Flughafen. Und ich kann Ihnen nicht sagen, warum ich wusste, irgendwann sitzt er in so einem Flugzeug drin. Und nicht nach zehn Jahren, nach 15 Jahren. Das glaube ich nicht. Neun Monate sitzt Günter Kaufmann in Berlin im Gefängnis. Dann nimmt der Fall eine sensationelle Wendung. Nur wenige Kilometer von seinem Gefängnis entfernt, meldet sich eine Frau bei der Polizei. Sie ist Kellnerin in einer Bierkneipe am Kudamm. Sie will die drei Täter kennen, die den Steuerberater in München getötet haben. Alle stammen aus dem Berliner kleinkriminellen Milieu. Einer der drei ist ihr Lebensgefährte. Aber jetzt kommt er nicht mehr mit dem schlechten Gewissen zurecht, erzählt die Kellnerin. Die Ermittler sind elektrisiert. Sind das jetzt wirklich Mittäter oder sind das jetzt die sogenannten wahren Täter? Was ist da jetzt los? Was sind das für Leute? Wie stehen die in Verbindung mit dem Herrn Kaufmann? Also viele Fragen, die sich dann plötzlich von heute auf gleich stellen. Die drei wissen genau, was sich abgespielt hat, damals im Februar 2001. Sie erzählen, wie Alexandra Kaufmann sie angeheuert hat. Und wie sie dann den Steuerberater in München getötet haben. Die Spuren stimmen mit der DNA der Männer überein. Und jetzt kam die spannende Aussage, den Günther Kaufmann hatten sie noch nie gesehen. Und er sei auch bei der Tat nicht dabei gewesen. Der Kommissar aus München ist fassungslos. Hat er den falschen Mann ins Gefängnis geschickt? Wilfling fährt in die Haftanstalt, will Günther Kaufmann sprechen. Es bedürfte einiger Überredungskunst, dass er sich wenigstens mal kurz überstellen lässt und mal anhört, was ich ihm zu sagen habe. Mir wurde erklärt, da nebenan ist eine Frau, Herr Kaufmann, von dem Chefermittler, die sagt, ihr Mann war es und zwei andere und nicht sie. Was sagen Sie denn dazu? Ohne meinen Anwalt gar nichts. Weil mit Ihnen rede ich nicht mehr, das hat mich 15 Jahre gekostet. Ne, da habe ich mit Ihnen geredet, das war nicht gut. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass er erleichtert ist, dass er froh ist, dass er sich freut, aber das war nicht der Fall. Er hat irgendwie abweisend reagiert. So wenn es, als ob es ihm gar nicht recht gewesen wäre, dass wir jetzt die Tat geklärt haben oder die Täter gefunden haben. Sie können doch sagen, dass es nicht war, das habe ich Ihnen doch gesagt. Ja, ich sperre doch keinen einen, der es nicht war. Ich sage, dazu möchte ich mich nicht äußern. Weil Sie verstehen, was ich meine ohne Anwalt. Und jetzt habe ich Magenschmerzen, jetzt will ich meine Zelle zurück und zwar sofort. Deshalb war das auch nur ein kürzes Gespräch. Drei Monate dauert es noch bis zur Freilassung. Nach 831 Tagen Haft ist Günter Kaufmann draußen. Und gleich schlüpft er in die nächste Rolle, den Fängen der Justiz entronnen. Das war wirklich ein erhebender Moment. Ich war wieder vor der Kamera, ich war wieder Schauspieler. Es war eigentlich so wie vorher, nicht mit ein paar Jährchen Verzögerung, allerdings. Ein halbes Jahr später. Es ist derselbe Gerichtssaal in München. Es geht um dieselbe Tat, die Tötung des Steuerberaters Hartmut Hagen. Doch diesmal sitzen andere auf der Anklagebank. Es sind die drei Berliner. Sie gestehen die Tat. Günter Kaufmann ist als Zeuge geladen. Aber der Richter glaubt immer noch nicht, dass Kaufmann nichts mit der Tötung zu tun hat. Ausgerechnet die Staatsanwältin macht sich nun für den Schauspieler stark. Inwiefern Günter Kaufmann davon etwas wusste, damit etwas zu tun hat, da mitgeplant hat, die vielleicht mit angestiftet hat, das konnten wir so nie belegen. Es könnte sein, man weiß es nicht. Aber Fakt ist, dass alle diese drei Täter, die dann letztlich auch verurteilt wurden, angegeben haben, sie haben letztlich nur diese Informationen von Alexandra Kaufmann bekommen. Alexandra Kaufmann hat viele Leute für sich benutzt und ausgenutzt. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ob sie ihren eigenen Mann auch belogen hat oder ob sie nicht belogen hat. Aber Fakt ist auch, diese Geldflüsse zwischen dem Steuerberater und dem Eheleuten Kaufmann sind immer direkt an Alexandra Kaufmann geflossen und eigentlich nicht an den Günter Kaufmann. Günter Kaufmann erlebt in diesem Prozess eine späte Genugtuung. Der Haupttäter aus Berlin ist ausgerechnet Hans-Joachim Uhlich. Jener Liebhaber seiner Frau, der Kaufmann so schwer belastet hatte. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Beim zweiten Mal sah ich ihn, als ich als Zeuge vernommen wurde. Und sah ihn dann in diesem Bus mit den anderen zwei Angeklagten, den kleinen Gitterfenstern, wo ich drin saß. Als er zurückgefahren wurde nach Stadelheim in seine Zelle. Und ich stand mit meiner Tochter draußen und sage, siehst du, jetzt sitzt der drin und ich stehe da und gehe mit dir Kaffee trinken. Augsburg, Januar 2005. Noch einmal muss Günter Kaufmann vor Gericht. Es ist die Wiederaufnahme des Prozesses gegen ihn. Die Staatsanwältin plädit auf Freispruch, trotz aller Zweifel. Man weiß immer noch nicht, was hat eigentlich Herr Kaufmann mit der ganzen Sache zu tun. Was hat Herr Kaufmann veranlasst, ein Geständnis abzulegen? Was hat Herr Kaufmann veranlasst, 15 Jahre zu akzeptieren? Was hat Herr Kaufmann veranlasst, auch nach dem Tod seiner Frau das nicht zu offenbaren? Also das sind einfach Umstände, so vom Bauchgefühl her, die einen immer noch ein großes Fragezeichen bringen. Aber letztlich Fakten hat man nicht, um ihn in irgendeiner Weise hinsichtlich des Überfalles, hinsichtlich des Todes des Steuerberaters, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Die Richter sprechen Günter Kaufmann in allen Punkten frei. Nun ist es amtlich. Er ist Opfer eines Justizirrtums. Es ist offenkundig so, dass die Justiz sich nicht weiter blamieren wollte und den Fall Kaufmann so schnell und so geräuschlos wie möglich erledigen wollte. Und deshalb hat man weder diese Betrugsgeschichte weiterverfolgt, noch die mögliche Mittäterschaft des Herrn Kaufmann in der Form der späteren Beteiligung auch nur erörtert. Und so bleibt bis heute ungeklärt, warum Günter Kaufmann in die Rolle des Mörders geschlüpft ist und in der Polizeivernehmung das verhängnisvolle Geständnis ablegte. Hatte er doch etwas zu verbergen? Wollte er seine Frau schützen? Oder hat die Polizei ihn psychisch gefoltert, wie Kaufmann heute sagt? Dieses Duell kennt am Ende nur Verlierer. Günter Kaufmann hat zweieinhalb Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen. Die Prozesse haben ihn finanziell ruiniert. Und Kommissar Wilfling? Er glaubt bis heute, dass Kaufmann mitschuldig ist, auch wenn er es nicht beweisen kann. Der Steuerberater würde heute noch leben, wenn das Ehepaar Kaufmann nicht gewesen wäre. Das darf man mal nicht vergessen. Das Ehepaar Kaufmann hat diesen Mann um fast eine Million betrogen. Und als er hinter dem Betrug kam, war er kurz darauf tot. Weil zumindest die Ehefrau dieses Rollkommando geschickt hat. Und ich zweifle heute noch daran, ob der Herr Kaufmann davon nichts gewusst hat. Hallo. Kaufmann bleibt dabei. Er wusste nichts. Und seine Tochter Eva glaubt ihm das, auch wenn sie noch viele Fragen hat. Aber sie kommt nicht heran an ihren Vater. Und er kommt nicht heraus aus seiner Rolle. Und ich hab so das Gefühl, mein Vater ist immer ein Schauspieler. Also, es gibt so wenige Momente, wo er einfach mal Günther ist. Also ich hab so das Gefühl, dass er immer irgendwie auf der Bühne steht. Er steht wieder auf der Bühne und vor der Kamera. Günther Kaufmann ist wieder ein gefragter Schauspieler in Deutschland. Als Zeuge im Film genauso überzeugend wie damals, als er selbst vor Gericht stand und alle mit seinem falschen Geständnis in die Irre führte. Ja, ich bin überfallen worden. Sie kleinen Monster gehören ins Zuchthaus. Alle, wie sie da sind. Es sei die schlechteste Rolle seines Lebens gewesen, sagt er heute. Die Kritik an seinen Mitspielern überlässt er lieber anderen. Man soll sich nicht mit Gefühlen beschäftigen oder mit Hass. Und Rache, das macht alt und grau. Und ich glaube nicht, dass ich für 64 alt und grau aussehe. Er soll nicht jubeln, die Leute sagen. Hey, der Kaufmann, das ist ein Hund. Ein Hund ist er schon. Ein Hund ist er schon, der Kaufmann. Das ist ein Hund. Untertitelung des ZDF, 2020